Willkommen bei Torwege. Mein Name ist Thorsten Schalt. Heute reden wir über unsere Rad-Serie EPSK. Die Rad-Serie wurde ursprünglich entwickelt für den medizinischen Bereich und ist unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen. Die EPSK-Serie wird meist mit Edelstahllagern bestückt und hat deshalb auch einen sehr leichten Lauf. Die Räder sind spurlos und unterlassen keinerlei Rückstände und sind deshalb auch für alle möglichen Böden geeignet, ebenso für Industrieböden, besitzen einen hohen Fahrkomfort und die Bandage hat eine Härte von 78 Grad Schor ab. Die relativ weiche Schor-Härte bewirkt auf einen sehr leisen Lauf. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne über unsere Website oder per Telefon. 2 1 2 3 2 1 2